Die Uhr tickt, doch die Fahrer haben noch ein paar Minuten bevor das Rennen losgeht. Wir kommen am Shanghai International Circuit zum großen Preis von China. Sehen wir uns die Startreihenfolge für das heutige Rennen an. Und mit der Übersicht, hallo Formel 1 Freunde, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und willkommen hier zum großen Preis in China. Gemeinsam mit dem Event. Grüß dich. Grüß dich. Ich habe irgendwie die Vermutung, China kennt keine Sonne. Kann das sein? Irgendwie ist das die Smog-Glocke, die uns hier zu schaffen macht? Ich habe übrigens einen Bug. Der, der wäre? Oben rechts steht bei mir immer noch, nächste Session beginnt in 0-0-0-0-0. Es ist Gott sei Dank nur ein Anzeige-Bug. Ja, aber... Es fängt schon mal wieder gut an. Jo, willkommen bei... Ja, geschätzte Renndauer 47, 47. Ich weiß nicht, ob mich das beruhigen sollte. Äh, ja, wie immer, 3-Stop sagt er mir. Ich probiere... Ach, keine Ahnung, was ich mache. 2-mal H, das geht bestimmt. Ja, ja, klar. Genau, wir fahren Runde 7 rein, holen uns irgendwie was Hartes und danach geht's hier richtig krass bugmäßig nach vorn. Äh, Team von Backverfolgt ist wieder mal top motiviert, ne, nach den letzten Rennen in Monaco und was haben wir zum Schluss gefahren? Österreich. Österreich, war auch ein richtig geiles Rennen. Ja. Äh, probieren wir heute an die letzten Erfolge anzuschließen. Nicht. Nicht, genau. Wir haben uns vorgenommen, heute mal tatsächlich A anzukommen, so für meine Person, und B vielleicht ein, zwei Punkte mitzunehmen. Oh Gott, ich glaube, mehr kann man heute nicht erwarten. Wir haben den Vorteil, dass einige fehlen, dafür sind halt einige schneller wie gedacht. Ah, guck mal. Wie viele Routen fahren wir eigentlich? Mal gucken. 28. 8 Uhr, ja, wow. Das ist wenig, oder? Ich hab mit mehr gerechnet, ja. Ja, ich auch. Ah, der Kurs ist halt lang. Du, da fahr ich ja mit dem weichen Satz schon das Rennen zu Ende. Ja, mal gucken. Ja. Mal sechs, elf, sechs, sieben Runden weich, dann zehn, elf Runden hart sollte. Da kommst du mit zwei Stops auf jeden Fall durch. Ja, muss man halt gucken. Ja. Probieren wir's mal wieder. Wir stülpen die Taktik wieder mal um. Ich weiß gar nicht, wie groß der Unterschied ist zwischen weichen und harten Reifen. Ich hab bloß gesehen, dass die sich verdammt schnell runterradieren. Aber das trifft ja dann beide. Also egal, ob weich oder hart. Genau. Vorne und links ist halt, wenn der halt rot ist, dann muss man ihn in die Box. Ja. Oder wenn er platzt, dann auch. Oder man lässt ihn einfach abfallen und fährt dann wie auf Schienen. Wir lassen uns einfach mal. Irgendwas wird das Spiel sich heut schon wieder ausdenken. Und so, das Rennen geht los. Ivan, ich wünsch dir viel Spaß da vorn. Ich dir auch, da hinten. Ja. Ich hab hinten bitte was mehr zu überholen. Also im Prinzip geht's mir besser als dir. Äh, ich darf mehr überholen als du. Aber du hast den Vorteil, du kannst Leute abschießen. Ich nicht. Das werde ich auch machen. Ich bremse einfach die erste Gruppe nicht. Nee, nee, Katsch. Das ist gut. Auf geht's. Ich hab einen verzögerten Start. Ich auch. Ja. Wow, 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 wow. Das fängt schon wieder gut an. Ich sag dazu nichts. Es standen vier Autos draußen. Ivan ist... Nee. Nicht dein Ernst. Ja, ich bin der Einzige. Jawohl. Ja. Ja, da kann ich mir auch drüber lachen. Ich bin raus. Tschüss. Das ist besser, super. Hat einer, hat nicht mal eine Kurve. Ich war nicht mal an der ersten Kurve. Das war schon auf der gerade im Sinne. Du wurdest eisgall abgeschossen, oder? Pass auf, ich bin verzögert gestartet. Und die Hütte mir natürlich schneller. Und ich weiß nicht, ob denen da Platz ausging, aber ich bin gerade gefahren. Aber wahrscheinlich, weil es leckt. Am Start bin ich vielleicht zurückgeleckt oder so wieder, oder die. Ja. Das Einzige, was ich gesehen habe, war Marvin in mir drin, und dann war ich in der Wand mit Vollgas. Ja, Glückwunsch, Marvin mal wieder. Ja, ich weiß nicht, ob es eine Schuld war. Ich kann mir ja schnell die Aufnahme angucken und sich beraten. Jetzt immer einfach. Genau, du hast ja, ich glaube, die 30 Sekunden hast du Zeit. Ach, das. Das ist so ärgerlich. Ah, Mann. Ich gucke mal schnell. Aber so wie ich jetzt hier das so sehe, habe ich das Gefühl, dass die Crashphasen auch noch nicht vorbei sind. Ich bin aktuell PS6. Ja, ich gucke mal zu. Ich habe jetzt schon mal auf harte Reifen gewechselt. Gucki hält gefühlt hier alle ein bisschen auf. Ich habe meine Linie kaum gewechselt. Also ich war eigentlich fast gerade. Und dann ist es dann sauber halt links, der mich weggeschleudert. Ich weiß nicht, ob da ein Weiber noch war, aber auf jeden Fall, naja. Nicht viel, was ich machen konnte. Ja, das ging so schnell. Ich habe da vorhin bloß Teile fliegen sehen. Ja, mein Rennen ging, glaube ich, 5 Sekunden. Das war es. Also wirklich. 3 bis 5 Sekunden am Reichweigen. Ich habe ja selber nicht mitbekommen, was passiert ist. Ich fahre gerade aus, auf einmal zack, kaputt. Mackie ist übrigens auf hart. Pro Game muss in die Box. Er ist in der Box. Ja, bei dem muss auch was kaputt gegangen sein. Ja, der ist ja. Wenn ich mir meine Aufnahme so angucke, wir sind ja gefühlt mit 30G in die Wand reingeballert. Wetter oder sowas kannst du nicht sehen, oder? Nein. Ich kann aber deinen Boxenfunk hier mehr hören, wenn der dir was sagt. Alles gut, alles gut, gefangen. Als wäre ich alle Plätze verlieren. Ja, das ist halt das. Gut, ich war mal auf der 5. Ganz ruhig, da vorne ist noch. Du musst jetzt die Punkte einfahren. Ich war auf 5, Alter. Okay. Du darfst mich jetzt unterhalten und ablenken. Du warst schneller als Mackie und Schwertbeer. Die sind vor dir, du kriegst du noch. Ich muss halt nur wieder kriegen, ne? Das ist ein langes Rennen. Vielleicht kommt es in die 2-Stop. Das sieht aus, als hätte ein Sparkplug hinten links platten. Nö, nö, das weiß ich heute. Sieht als Zuschauerkamera aber auch komisch aus, ne? Da hast du sowieso alles verpackt, ne? Als Zuschauerkamera. Naja, das kannst du alles vergessen. Die Rennenkommissar haben das DLS aktiviert. DLS ist jetzt verfügbar. Oh, und er überholt Aussinnen oder hält Mackie dagegen? Oh, Mackie hält es. Oh. Da kann man probieren. Wenn man dann innen bleibt, kann man das probieren. Ich glaube. Oh, das ist aber auch eng. Ja. Er ist vorbei. Pro-Game ist jetzt auf Startziel. Der wird jetzt voller Attacker fahren. Voller Attacker reifen. Ja. Ah, den hast du auch, der Laden. Ja. Den hebe ich mir auch auf. Schon mal ganz kurz zeigen. Sage mal die Hinterreifen. Ich glaube, ich war im DRS-Fenster. Ray hat sich richtig verbremst. Aber er hat so einen großen Vorsprung. Ja, für Ray soll das eigentlich leichtes Spiel jetzt sein. Der hat jetzt davon gar keine Konkurrenz mehr. Pace ist zwar noch dran, aber... Pace ist ja auch schneller, weil ich glaube, mit Ray... Ritz ist schwer. Und Viper hat ja, glaube ich, auch einen verzögerten Start. Ja. Was ich sehen konnte, war da auch noch hinter Pro-Game-Bite. Also, am Start. Well, we're hold hot. Googie, we're hold her. Jetzt ist der dritte. Also, hier würde ich zum Beispiel die Hinterachse deutlich weicher machen. Also, diese Standard-Setups, die sind zwar ganz urkig, dadurch, dass alle dann die gleichen Bedingungen haben, aber... Bei Standard-Setups wird nur das, glaube ich, nur die Flügel eingestellt, ne? Ja, nicht. Nee, ist da nicht. Gerade ist überhaupt nichts so los. Keiner ist irgendwie in einem... Man kann ja im Rennen ein bisschen schummeln, was die Aerodynamik angeht. Ist mir mir aufgefallen. Du kannst ja die Frontschütze einstellen lassen. Ja, ja. Du kannst natürlich auch auf der Gerade immer runterstellen. Ja, die stellen das aber nur in der Box dann erst ein. Echt? Ja, ja. Das ist nicht so, dass du... Aber in echt... In echt nicht, nein, nein, nein. Ah, das war die Bremsbalance, ja. Genau. Nee, 2010 war das, da ging das. Da konntest du ein-, zweimal pro Runde den Flügel ändern, ganz leicht. Ja, ich werde jetzt mal vorn meinen Flügelbill hochschrauben. Dadurch habe ich ein bisschen mehr Angriffsdruck auf der Vorderachse. Gerade bei den scheiß Lastwechselkurven kommt mir das vielleicht ein bisschen entgegen. Achtung, Achtung, gelbe Flaggen vor dir. Kein Überholmanöver in der gesicherten Zone. Der erste ist drin. Das ist... Der Sparkler. Jetzt kann sich immer noch ziemlich, ich würde mal sagen, drei Sekunden leichter der Ray. Jetzt ist er immer noch in Schlagdistanz zumindest. Ja, ja, er verliert nicht wirklich viel. Der Sparkler ist auch weich gegangen wieder. Okay. Jetzt habe ich natürlich einen richtigen Renningenieur im Ohr. Gut, nächste Runde soll ich dann reinkommen, sagt er. Ich probiere mal bis sieben durchzuziehen. Die vorderen Reifen sind gelb aktuell. Trotz jetzt nicht rot ist. Nö, nö, alles am Rundreich. Boxenstopp sparst du halt schon. Wenn ich gerade mal hier eine Runde mehr und da eine Runde mehr, das ist in der Summe, dann kann sie schon auszahlen. Du musst halt sehen, wenn die Runde jetzt... Wie weit bist du ja hinter deiner Bestzeit gerade so ungefähr? Ah, warte. Ich muss auch wieder driften. Ja, ich fahre so zwei Dreizehntel langsamer, glaube ich. Ist nicht allzu viel. Aber ich liege halt auch sehr weit hinter den Möglichkeiten von weichen Reifen zurück. Also Mackie fährt bei der Fun aktuell. Ray in der Box schon in Runde 5, OH. Der geht auf 3-Stop. Weil wer fährt weiter, wird vielleicht eine 2... Obwohl, er ist noch nie 2-Stop gefahren. Cookie fährt weiter. Ich glaube, alle fahren weiter außer Ray. Mackie sowieso, der hat Harts. Ja, ich glaube, Ray fährt sehr, sehr oft Standard. Ja, fährt er fast immer, ja. Ja. Fast alle. Wenige fahren hier irgendwie dann. Oh, das ist richtig. Das war eng. Das war richtig eng, mein Freund. Das war... Hat Primes drauf? Du bist vielleicht ein bisschen weiter außen gefahren, als du ihn gehabt. Du bist ja von außen richtig weit. Ja, ich dachte, der schießt mich ab. Ja, ihr habt euch echt berührt, habe ich gesehen. Ja, ich glaube, der Problem ist da. Ja, der ist hier. Aber bisher sind die Abstände ziemlich weit alle auseinander. Gibt es nicht zu sehen. Ja, ich glaube, es wäre vielleicht... Ich weiß nicht, ob ich die 7 noch dranhängen sollte. Jetzt fangen sie nämlich schon arges Schmieren an. Langsamer bist du denn jetzt in dem Sektor gleich? Ja, da fehlt einiges. Nö, fast gleich schnell zur Runde davor. Das sieht bloß langsamer aus. Boah, fahre ich einen Stoß. Du kannst auch jetzt schon reinkommen. Zweimal elf Runden geht ja auch mit hart. Ob du jetzt die kaputte Runde fährst oder nachher mit den harten, macht in der Hinsicht keinen Unterschied. Ja, stimmt. Das ist am Ende wahrscheinlich sogar schneller. Ja, dann fahre ich jetzt mal rein. Müsst du halt gucken, ob die Reifen bis Runde 17 halten. Ich werde sie pfleglich behandeln. Jetzt merkst du nämlich auch beim Bremsen, dass die fertig sind. Okay, holen wir uns mal frische Reifen ab. Kicken wir mal. Die Jungs stehen da. Für Pace ist ganz, ganz schlecht. Mackie ist jetzt vor ihm und Ray ist auch direkt vor ihm eigentlich. Gucki war jetzt auch gerade vor mir drin. Forster war auch in der Box. Parkplug, neue schnellste Runde des Rennens. Marvin geht an dich vorbei. Ja. Unverdient. Oder? Nein. Äh, du? Ja, meine Reifen sind aber kalt und ich kenne Marvin. Innen bleib ich, innen bleib ich jetzt. Den hast du. Und tschüss. Ach, woher kommt denn Gucki auf einmal? Der füllt ja noch. Der geht auf jeden Fall auf zwei Stocken. Gucki auf zwei? Nee, auf eins. Oh, Krippe im Gas. Gut, ich probiere, wie gesagt, meine Reifen jetzt ganz, ganz pfleglich zu behandeln. Das ist jetzt mal ein Rennen, was mir gefällt. So wegen Renningenieur und so. Das war richtig scheiße für dich. Ich bemühe mich jetzt jedes Rennen auszufallen. Genau, und ich ballere dann das nächste Rennen weg, dann bin ich dein Renningenieur. So, können wir uns abwechseln. Irgendwie fehlen mir ein paar PS. DS? Ich kann ja ein bisschen vor mir hertreiben, dann macht er seine Reifen kaputt. Oh, ist das Ding rot hier, ey. Fett, Gucki, aber lange. So, die reifen halten das locker aus. Dann musst du jetzt, nicht jetzt, die ganzen reifen kaputt fahren. Okay. Also, die Zeiten sind doch jetzt, kann ich auf die Zeiten mal schnell gucken. Ist ja jetzt schon letzte Runde, schon zwei Sekunden langsamer gewesen, als... ...einst. Gut. Jetzt fährt er in die Box, das ist für abzusehen. U-Pace direkt hinter Ray. Im DRS-Fenster. Das heißt, da gibt's einen schönen, spannenden Zweikampf. Ja, hoffentlich. Aber er hat halt auch reiche Reifen-Pace. Okay. Jetzt prusteln die Rundenzeiten hier. Am halt beide weich, ne? Ich hätt nichts gegen einen anderen Sieger mal. Hätte, glaub ich, Ray auch nicht. Der weiß ja, dass er durch ist. Da passiert nix mehr. Ja, heute definitiv jetzt tatsächlich. Jetzt hab ich ja 80 Punkte Rückstand, also. Alter, das Ding untersteuert, ey. Ich probier's bloß, meinen Rhythmus wiederzufinden. Und der ist aktuell langsam und beschissen. Unsere Datenanlage sind die Reifen derzeit in Ordnung. Du solltest zumindest für die nächsten Runden noch guten Grab haben. Pace verliert im Messe zu viel vor der Geraden, deswegen kommt der nie vorbei. Pace, meinst du? Ja. Ich glaub, vor Marvin, die ganzen Leute, die sind auch relativ eng beieinander. Hm, das geht. Mackie in der Box. Okay. Ich hätt' mir vorbei an vor der Creeper. Wird eng mit Mackie. Nee, Mackie ist vorbei. Nee, den krieg ich noch. Nee, krieg ich nicht. Er ist nochmal auf harte Reifen. Okay. Okay, der macht drei Stops auf hart. Oder der fährt den letzten nochmal weich. Ich glaub, er fährt drei Stops, weil neun Runden mit hart sind eigentlich zu wenig für zwei Stops. Aber dann versteh' ich nicht, warum er dann zweimal hart fährt. Da hätt' er mal jetzt auch... Ja, der macht den letzten noch weich. Ja, aber hätte er jetzt dreimal weich fahren können. Stimmt, ja. Hätte geklappt. Also die sechs Runden, ne, da dreimal achten. Oh, Pace Game hat sich schon einmal verbremst. Ist nämlich... Oder abgeflogen. Okay. Denn er ist jetzt weit weg und dritter. Nein, nicht wieder diese gleich scheiße Stelle, ey. Da kommt mir so schnell... Ja, jetzt komm, jetzt krieg dich ein. Die Strecke ist frei. Grüne Flagge. Da kommt so schnell der Arsch rum. Ich bin ja nicht einmal auf Fett gefahren, glaubst du's? Ist der Benzin verbraucht denn hoch, oder...? Jaja. Ich bin immer auf optimal oder minimal drunter. Also sieben Runden sollte ich noch hinkriegen mit den Reifen. Hinten, die haben noch gar keine Verschleißerscheinung. Und von... Bei einer ist es eher vorne links. Ja. Ey, das kann doch nicht sein, dass ich bei so einem Rennen gerade mal einen einzigen verfickten Punkt raushol. Und das auch nur, weil du ausgefallen bist. Ansonsten wäre ich jetzt ganz letzter. Na gut, da wäre der Rennverlauf ja auch anders gewesen vielleicht. Also... Da hätt's anders ausgesehen. 30 Kilogramm Benzin. Ich krieg die Korven nicht. Wenn Mackie wirklich noch einmal in die Box muss und das sieht so aus, also einmal mehr, dann... Ja, dann... Das ist doch alles in Ordnung. Sind's zwei Punkte, Alter! Das ist doch immer noch ein Witz. Ja, klar. Oh, naja. Von wird ordentlich gekämpft. Wo gehobbelt wird, fallen Späne, sagt man bekanntlich so. Vorzeit, wir versuchen sie zurück, wieder zu überholen. Ja, da war einfach keine Topspeed, selbst mit ERS nicht. Ach, er hat ERS gar nicht aufgemacht. Ja, super. Das ist gut. Vergessen das Knöpflein zu drücken. Aber er geht's... Nein, doch nicht. Aber man steht jetzt, hat er mal so oft benutzt. Ah, aber Schwertbeer macht's einfach. Okay, noch zwei Runden bis zum Boxenstopfenster. Für den nächsten Stint bekommst du Primes. Also ich fahr jetzt bis Runde 17 ungefähr durch. Und damit ist dann das Rennen gegessen, was Boxenstops angeht. Ich will auch einen Zweikampf haben, Menno. Naja, auch sehr. Außer Porta kriegt so ein Schwerspiel, hat auch keiner einen Zweikampf gerade. Jetzt fährt jeder einsam seine Runden. Okay, Gugi hat glaube ich gerade Spark überholt. Aber uns Reifen brechen jetzt langsam ein. Aber uns Reifen brechen jetzt langsam ein. Aber ich bin konstant langsam. Das ist geil. Meine Runden, die sind immer so im 2, 3 Zehntel-Takt. Marvin in der Box. Wäre ich nicht kriegen. Obwohl doch. Der ist ja gerade erst rein. Doch, doch, doch. Grüne Flagge, grüne Flagge. Das Rennen geht weiter. Da sind sogar 2 in der Box. Äh, ja, Spark. Hat jetzt hart drauf. Das Marvin hat jetzt nochmal hart drauf. Also wird Marvin nochmal. Rein müssen, ja. Nee, jetzt nimmt er Weiche. Da wird so oder so nochmal rein müssen. Das heißt, er macht auch einen Stop. Okay. Mehr als du. Nee, ich fahr jetzt in 4 Runden dann rein. Genau. Bleiben, bleiben wir auch in der Box, wie es scheint. Also von Rundenzeiten her sieht es aktuell ganz gut aus. Reifen brechen nicht ein. Ist gut. Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Stuhfreund entwickelt, lassen Sie sich nicht wissen. Ja, lockere dich auch auf. Haben sie den ganzen Smog mal weggesaugt. Wir können ja mal kurz gucken, was wir zeigen. Mehr gehen wir halt in 4. 1. Gut, von links ist jetzt dunkel-orange aktuell. Ja, merkt man auch an den Rundenzeiten. Mackie ist eine Sekunde schneller als du. Okay. Weil die auch frischere Weiften. Aber auch harte, ne? Ja. Gut, wenn wir in den nächsten 4 Runden nicht aufs Hetzmuster halt schon wieder reinkommen, ne? Die 3 Runden kriege ich irgendwie noch hin mit dem Reifen. 25 Kilo Benzin im Tank. Nur 25 Kilo Benzin. Man merkt vor allem in den Rechtskurven, dass da schon ein bisschen was weg ist, ne? Von der Gummischicht. Am besten ich lenke mal um. Ich fahre mal andersrum, damit die andere Reifenseite wieder abgenutzt wird. Alles gut. Gut, Spark dürfte nicht mehr allzu lang brauchen, dann ist er im Windschatten drin. Oh, Fahrzeugkörper und Schwertier. Ach, beide fallen in die Box. Und die beiden solltest du auch vorbeigehen. Okay. An die du jetzt alle vorbeigehst, müssen auch nochmal in die Box gehen. Das ist jetzt so der Vorsprung, den du auf sie hast. Den werde ich auch brauchen. Aktuell P6. Schwerdbeer hat hart, Brotzerkörper hat weich. Ja, alle die weich haben, müssen sowieso nochmal rein. Könnte sein, dass Schwerdbeer durchfährt, aber 13, 14 Runden ist schon hart. Da wird auch der harte Reifen nicht ewig halten. Er kommt in die Box nach neun Runden hart. Dann denke ich mal, dass er eigentlich eher zweimal weich fahren wird jetzt. Okay, er nimmt nochmal hart. Obwohl, der fährt durch. Ja, aber wenn er zehn oder neun Runden hart am Anfang fährt, wieso will er dann am Ende zwölf oder dreizehn Runden mit hart fahren? Bugplug hat mich jetzt gerade überholt. Hä, wo kommt Marvin her? Ey, der war sowas von sauschnell. Der hat uns jetzt beide überholt auf der Geraden. What the fuck? Okay. Wird schon stimmen. So, vor der letzte Runde, danach geht's in die Box. Du merkst wahrscheinlich, dass der Crip deutlich nachlässt. Denn Daten nach sind die Reifen ziemlich abgenutzt. Sie machen das wahrscheinlich nicht mehr lange mit. Gut, Box und Heini sagen, meine Reifen sind am Ende. Zwischenzeit, erster Sektor sieht aber immer noch okay aus. Für meine Verhältnisse. Okay, dafür wird's Heck jetzt verdammt instabil. Ich bitte aufpassen. Ja, gerade ist nichts los nach der Strecke. Ich kann sogar noch Sprit ein bisschen aufdrehen. Aber das mache ich jetzt nicht, weil die Reifen sind sowieso fertig. Dunkel orange noch nichts rotes. Ich habe ein Update zum Benzinstand für dich. Wir haben noch 20 Kilogramm übrig. 20 Kilo. Gut. Ende der Runde geht's rein. Jetzt habe ich aber richtig Zeit liegen lassen. Vor dir ist jemand von der Strecke geflogen. Gelbe Flaggen voraus. Aber die Runde schaffe ich jetzt auch nicht. Dann kommt das an, was wir hier in der Strecke geflogen. Wir haben das eine sehr schöne Angelegenheit. Also, noch eine große Angelegenheit. Ich habe ein bisschen schnitzel. Ich habe noch eine große Angelegenheit. Und dann kommen die Runde, also ein paar Angelegenheit. Also, dass das Ganze 30-3-4-4-5-7-7-7-7-8-9-7-8-7-8-8-8-8-6-7-6-7-8-7-8-8-8-8-8-9-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8. Ich denke mal, Forza Kribber wird hart auf jeden Fall nehmen. Sperrt mir wahrscheinlich bei, wo der EF versucht durchzufahren. Aber wie gesagt, elf Runden sind schon hart und wenn die dann reizen oder... Ich verliere vor allem im dritten Sektor, verliere ich richtig Zeit. Davon fährt einer auf der rechten Seite, warum auch immer. Ist da einer etwa abgeflogen? Ne, ist das Park. Bleib rechts. So, ich muss an die Bauch. So komplett aufmache ich dann auch nicht. Ne, aber jetzt nicht, dass er sich dann daneben setzt. Gerade habe ich Zeit verloren, Alter. So, mach mir ja den richtigen Reifen drauf. Am besten die schwarze und rund. Ja, jetzt fahren wir noch zehn Runden durch. Nachmittag ist der Kars gegessen. Dann bin ich ja gespannt, wer noch alles rein muss. Oder überhaupt reinfährt. Das ist halt schwer. Ich glaube, die meisten immer am Ende weich. Trau mich gar nicht zu gucken, ob ich frische Reifen drauf habe oder wieder so eine Scheiße habe hier das letzte Mal. Reifen sind neu. Sehr gut. Dann stellen wir den Hobel doch mal auf Fett. Und fahren mal eine schnellere Zeit als wie bisher. Okay, wir haben jetzt über die Hälfte unseres Startbenzins verbraucht. Wir sind bei 40% Benzin. Was geht vorn so ab? Am Stellen sind alle relativ weit. Also jeder fährt so seine Einzelren. Ja, es sind zwar manche so ein, zwei Sekunden, zwei, drei, aber... Danke. Nichts gefährlich ist es. Er sagt mir ernsthaft, ich soll in der Runde 25 nochmal reinkommen. Ja, ist normal. Die sehen mich gern, kann das sein? Hehe. Wir haben hier auf Mischung 2 umzustellen. Umstellen auf Mischung 2. Von hier aus sehen deine Reifen noch astreinaus. Sag Bescheid, falls sie zu sehr nachlassen. Nach Runde 1 sagen sie mir, dass meine Reifen gut aussehen. Hat da jemand ein schlechtes Gewissen aus Österreich, wa? Vogel. Und weit bei einer Box. Gut weiter bei einer Box. Wieder die gleiche Ecke, sag mal. Ich erinnere mich ein bisschen an deine Dinge von Monaco. Immer an derselben Stelle kommt doch betzig der Arsch rum. Bei mir war halt eine Wand. Das ist noch viel schlimmer. Okay, angeblich kommt Toro Rosso gleich rein. 30 Sekunden Rückstand auf Mackie. Also selbst wenn er jetzt in der Box fährt, hat er immer nur 10 Sekunden Vorsprung. Ja, diese kleinen Querstärken kosten halt dann schon eine Menge. Die kosten richtig, ja. Es ist jetzt schon eine dritte gewesen, an derselben Stelle. Du hast nämlich 10 Sekunden verloren oder so. Damit sie war es jetzt für mich. Ich meine, selbst wenn ich... Also Mackie kriege ich nicht mehr, da hat schon 10 Sekunden Vorsprung. Und alles was davor ist, da müssen die ja noch zweimal rein. Das wird keiner machen. Also das Rennen ist gegessen. Platz 10, 1 Punkt. Ansonsten wäre es komplett letzter. Mehr kommt hier nicht mehr rum. Weil ich einmal zu langsam bin. Fertig ist. Und halt Schüsselfehler machen. Du fährst halt nicht so viel. Ich fahr gar nicht. Sag ich ja. Du fährst nicht so viel. Das ist gut formuliert. Ja. Ich meine, wenn man den TS-Kopter hält, hält man ja auch immer wieder in alle schon... Ja, die drehen ja alle wie die Gestörten ihre Runden. Und je weniger Strecken es werden, umso mehr trainieren die ja. Jawohl. Wenn die Strecke ja auch die Streckeanzahl natürlich nicht wieder wird. Ja, genau. Ja, genau. Ja, jetzt fahr ich ganz einsam und verlassen meine letzten Runden hier. Habe ein bisschen auf Marvin aufgeholt, der jetzt Vorletzter ist. Also super Taktik, auf jeden Fall. Würde ich noch schneller fahren, wäre es mir noch besser. Aber ich hole hier vorne ja für irgendein Trüppchen auf. Ah, das dürften die sein. Mackie und Pro Game dürften das sein, die vor mir fahren. Ja. Waren in der Box. Ja, dann war's das. Haben aber auch beide Weichtraub. Also wenn die sich nicht gegenseitig abschießen, war's das. Ich meine, ich könnte mich jetzt im Prinzip auch an Strecken ranstellen und Burnouts machen. Weil jetzt scheinbar durchfahren. Ja, ich fahr jetzt auch durch. Keine Sorge. Ich mach jetzt keine Burnouts hier am Rand. Einen ganzen Punkt. Das ist eine geile Sache. Nehme ich mit. Naja. Davor noch mal ein paar in der Box. Wieder Vorzug. Okay. Ah, nee. Ich fahr jetzt erst in die Box, okay. Schwerdbeer und Vorzug rüber in die Box. Schwerdbeer kriegt weich. Und Vorzug, die auch noch mal weich werden. Hat der denn hart gefahren? An zweitens zu, glaube ich. Okay, das Auto sollte jetzt viel leichter sein. Wir haben nur noch etwas... Oh, die kommen direkt vor dir raus. Ja, ich sehe sie. Haben aber leider beide weich. Oh Gott. Winke, 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 winke. Na, Ray holt sich auch noch mal... Na, warte, guck mal. So klar, dass er drei fährt. Grüne Flagge, grüne Flagge. Das Rennen geht weiter. Grüne Flagge heißt ja, ne? Es hat wieder einer abgekürzt. Ich glaube, außer... Nee, ich glaube nicht mal Mekki. Ich glaube, alle außer du sind drei Stopp gefahren. Naja. Ah, weil wer wird nicht vor ihm rauskommen? Oh, Forza Creeper mit Schlenker. Will da einer die rote Glaterne von mir haben? Vielleicht macht jemand ja noch einen großen Fehler. Waren wir jetzt nicht? Bei Forza Creeper und Schwert, wir kämpfen ja noch um ihre Plätze. Oh, Sparks war schon wieder in der Box. Schon wieder? Dann hat er sich auch irgendwas kaputt gefahren. Zumindest bin ich der Meinung, es ist ein vierter. Es sind noch zwei Runden bis zum nächsten Boxenstopp. Kommt dann vor Schwertbier raus. Ist schon draußen. Ja, so zwei Sekunden vor Schwertbier drei vielleicht. Hier eine Info zum Benzinstand. Er ist jetzt bei 10 Kilo. Es sind noch 10 Kilo Benzin übrig. So, Forza Creeper und Schwertbier sind doch alles sehr... Oh. Da ist der Forza Creeper bei dem Schwertbier raufgefahren. Die geben sich's ordentlich vor mir. Gerade der Hanaddle hier. Da hat Creeper schon vorhin einen kleinen Quersteher gehabt. Aber ganz weit weg von DHS aktuell noch. Da muss er schon sich nochmal richtig verbremsen, dass ich im Windschatten reinkomme. also hier in noch ein paar gooien Robben. Das sieht einfach aus, daикс sister. also ganz beherrsonst эффhesit 군 aus. Und hier na Fall ... Ja, da was wir sehen. Jetzt habe ich es endlich drauf, wie ich die erste Kurve zu fahren habe. Wieder eine Berührung. Ich glaube, dass ich harter fahre, kann ich eigentlich ganz gut mithalten mit den zwei. Ja, schade. Wie viel stehe? Das wäre es auf jeden Fall vor dem gewesen. Deine Reifen zeigen jetzt eindeutig erste Abnutzungserscheinungen. Sie sollten noch eine Weile durchhalten, werden aber keine Bestleistungen mehr liefern. Ja, Reifen sind doch schon wieder gelb. Oh, das war aber... Das kann er nicht machen. Forza Creeper überholt Schwertbeer und zieht direkt vor ihm, beim Bremsen vor ihm und bremst. Boah. Das kann er nicht machen. Schwertbeer war ja noch einen Millimeter hinter ihm. Ich glaube, die Chance, dass du einen Heckflügel kaputt machst, ist relativ gering, ne? Nee, geht er nicht kaputt, ne? Ja. Das heißt, mit der Masche kannst du schon eines Rennen versauen, indem du ihm dann einen Frontflügel damit kaputt machst. Aber vorbeigekommen ist er trotzdem nicht. Nee, nee. Dann kannst du halt nicht beim Bremsen vor deinem Gegner dann ziehen, das geht nicht. Ja, das geht nicht. Da musst du Luft lassen. Da hätte er schon weiter vorne sein müssen. Ich habe sogar das Gefühl, dass die weichen Reifen länger halten als die harten. Die nehmen sich gar nichts. Guck mal, ich fahre jetzt gerade mal... Gut, das sind noch schon ältere, härtere Reifen, die du hast. Ey, Alter! Okay, ich sollte auch richtig fahren. Sind sie reingekommen an Route 22, 23? Naja. Wir bauen vielleicht erst auf Route 4, 5 richtig ab. Ach ja. Die Zeit schlafe ich nochmal, da ist es sonst schon. Ach, heute wäre er wieder so dran gewesen, ne? Ja, das ist... Das hätte man sich sparen können. Ja. Hau dann bitte mal nach der Nachbesprechung und nicht sofort ab, wenn es geht. Weil jetzt herrschte ich mal ganz kurz in den Raum. Mag dich bloß noch was fragen. Muss auch nicht unbedingt auf der Aufnahme drauf sein. Ja, ja. Mach mal. Ich sag's nur jetzt, weil... Sobald ja alles dann Stopp ist, dann nehmen wir ja sofort ein Bein in der Hand und verschwinden. Ja, kommst du ja nicht so schnell zum Reden dann. Ja. Bin ja gespannt, ob Marvin irgendwas zu der ersten Runde zu sagen hat. Ja, gut, ich hab ein Video, wenn er will. Ich bin gerade gefahren, zack, geschlagen. Und auch meine Aufnahme war weiter auch hinter ihm. Das heißt, er hat links genug Platz gehabt, also so war es nicht. Okay. Bin vielleicht einen Millimeter weiter nach links gefahren, weil ich halt um es quer kam, aber sonst... Ja, weißt du vielleicht, ob, ähm, wo Maggie zu dem... Oh, Alter, jetzt kommt die Karre wieder rum. Äh, wo Maggie zu dem Zeitpunkt war? Am Start? Ja. Kann man an den Rückspiegel gucken, wo man... Weil vielleicht sieht man dann bei ihm mal aus der Cockpit-Perspektive, ob er rüber gelenkt hat. Ich denk halt ganz leicht ein, aber... ...nicht wirklich toll, also ich hab meine Linie eigentlich klar behalten. Das ist halt oft gelaufen, was wir machen. Ja. Aber das ist schon mehr als deutlich gewesen diesmal. Österreich, ich find's halt komisch. In Österreich hat mich Stempi auch wieder in die Wand gesetzt, aber eh nicht kaputt gegangen. Und jetzt geh ich kaputt. Aber, und das komplett? Ja, eh. Nicht mal ein Frontenügel, Reifenblatt, nö. Ganz. Ich mein, davon hast du auch schon gut, äh, 280, 2,90 drauf. Also ich nehm jetzt hier das Gas raus. Bewohl ich nochmal drehen oder so. Ja. Ich hab nicht mal ein Reifen verloren, war einfach mal kaputt. Ach so, die Reifen waren noch dran? Ja. Da war nur der Frontflügel weg. Aber dann spielst du so, wenn du irgendwie ne Spitze vorne erwischst, irgendwie beim Frontflügel irgendwie. Dann war's das. Ja. 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 Da ist sogar noch ein Weiber jetzt gerade dran. Noch besser. In der letzten Runde. Guck ich da mal schnell hin. Wenn er jetzt, ach, die Kurve voller gerade nicht, äh, äh, verkackt, dann sollte er eine Chance haben. Ja, er macht's nicht, glaub ich. Sehr schön. Aber ich darf wie so aus diesmal volle Renndistanz fahren, ich wurde nicht überrundet. Mal was Positives. Ja. Also, im Grunde bin ich deutlich schneller geworden, ne. Oh, Pace greift an. Da war ich echt gespannt. Das kann... Uuuuh. Ich schmier. Na, zwei Bälle noch gedive prompt. Aber kann er ja versuchen von der letzten Runde. Ach, klug als Schachtzug von ihm ist er zweiter geblieben. Außer... Uuuuh. Ja. Das war knapp. Guck wie wird vierter. Weil ich kann jetzt... ...ne richtig schön langsame Ausrollrunde machen. G6. Uuuuh. Schwertbeer greift auch noch mal an. Ja, super. Ja, ein bisschen Action noch. Ah, da wird Vorzeig-Schwertbeer. Ist vorbei. Ist vorbei. Schwertbeer ist vorbei am Vorzeig-Creeper laut Plasma. Ja, aber der Fahrzeug-Creeper versucht auch ein bisschen zu Dive-Bomben. Aber... ...stellt mir Held dagegen. Und... Sie berühren sich und... Warum wird denn... ...der Mercedes so langsam? Hat er einen Platten? Ich hole uns doch einen Punkt, Alter! Er hat... Er hat kein Benzin! Ich stell meine Karre auf Fett. Wo ist denn der? Ah, der ist drüber. Ne, der ist drüber, aber... Oh, der hat kein Benzin mehr. Er musste beide vorbeilassen. Aber ich glaube, er ist durch den versetzten Start gerade nach vorne. Ja. Äh... Du denkst... Da ist er lang getuckert. Oh Gott. Ich hab die Kache noch gegen die Wand gesetzt. Ich hätte sie mal richtig... ...hier noch richtig schön zerstören müssen am Ende. Richtig? Ja! Gegen die Box immer aufhören. Ja. Ja, Glückwunsch an Ray. Oh, das wurde doch... Auch bei Viper und so ist das doch jetzt auch so passiert. Wahrscheinlich hatte Pace... Ja, Pace hatte noch einen schlechteren Start als Viper. Weil Viper hatte auch einen versetzten Start, aber Pace wahrscheinlich noch einen weiteren. Ja. Kannst dich noch an den einen Sieg erinnern, wo Ray vor Viper war? Ja, und dann... Das war ich. In Ungarn, ja. Und da hat Ray einfach die Position... Also hat Ray die Position wieder zurückgenommen. Also er wurde dann doch Zweiter und Viper Dritter. Ja, ja. Obwohl es theoretisch eigentlich fair ist, finde ich. Andersrum, ne? Wenn man die Zeit zurückbekommt, genau. Genau. Guck dir die Strafen an von Marvin. Der ist der verdiente Sieger. Platz 5, pass mal auf. Elf Sekunden Strafe. Elf fucking Sekunden Strafe. Ich weiß nicht, hat er wegen mir eine bekommen? Ja, das ist ja mal... Ja, tatsächlich. Guck mal. Fünf Sekunden wegen mir. Ja. Ich würde sogar jetzt... Es war halt doof. Viper auch noch mal fünf Sekunden an. Wie kommt ihr auf elf Sekunden? Das will ich doch mal wissen, ja? Äh... Pro-Game, Kurve abgekürzt. Nochmal drei Sekunden. Ah ja, macht Sinn. Fünf plus sechs. Ja. Ah, da muss noch was sein. Da muss noch was sein. Ja, nochmal drei Sekunden. Nochmal drei Sekunden. Gucki hat auch drei Sekunden drauf bekommen, wegen Kurve abkürzen. Und Furzer-Creeper, Kurve abgekürzt. Eine Position aufgeholt, fünf Sekunden Strafe. Zum Schluss nochmal. Gut, wir werden... Ach so. Ja, wahrscheinlich wegen, äh, Spark. Genau. Ja. Tja, da hat der Kollege nochmal Glück gehabt. Ähm... Ja, wir werden, denke ich mal, sowieso gleich umgezogen. Auf jeden Fall... Ja, wir fassen nochmal zusammen. Ray, äh... Siegt vor Pace Gamer, vor Viper, vor Googie. Starke Platzierung mit Platz vier. Äh... Äh... Marvin auf der fünf. Mackie auf der sechs. Äh... Schwertbeer auf der sieben. Gefolgt vom Sparkplug. Furzer-Creeper. Meiner einer. Und even... Was war da los? Ja, schlechtes Rennen von mir, ne? Ja, genau. Unterirdisch performt, ne? Ja, genau. Also Team Williams hat wieder mal richtig zugelangt, was Punkte angeht. Ja. Du, wir geben uns selbst mit einem Punkt zufrieden. Was bleibt uns anders übrig. Besser als neu, wa? Genau. Gut, ich beende mal hier ganz schnell die Aufnahme. Du darfst Leute mal ganz kurz unterhalten. Und ich lasse aber Tonspur weiterlaufen. Das fasse ich auch damit jetzt zusammen, ne? Ja. Also, bis gleich. Ich baue mal ganz schnell um. Ja, was soll man dazu sagen? Ja. Bei Tom lief es nicht so rund. Leider auch fahrerisch, aber... Gut, ich denke mal, er hätte jetzt... Ja, durch die Quersteher bestimmt 15 Sekunden verloren. Allein in der einen Runde hat er bis zu 10 verloren. Ich denke mal, Platz 8, vor allem wenn man jetzt guckt, dass Barg, der das Benzin ausgegangen ist, wäre bestimmt... Ich denke mal, da wäre der 8. Platz rausgesprungen. Ach, bitte, bitte, weil die Taktik hat ja funktioniert. User in your channel is recording. User in your channel is recording. Kann man anfangen? Ja, ich kann mal reden. Was ist da denn los? Was ist denn los? Äh, äh... So, gut. Dann würde ich sagen, willkommen zur Nachbesprechung zum, äh... Oder, ja, die Nachbesprechung zum großen Preis von China. Äh, ich glaube, da gibt's viel zu reden, deswegen sag ich grad gar nichts erstmal. Und lass erstmal die reden, die was sagen wollen. Jupp, und ich würde gerne anfangen. Und zwar in der... Direkt am Start haben sich Hustle und Marvin in die Haare gekriegt und sind links in der Bande rein. Und dann war Gelbphase. Und Sparkplug Games überhaupt nicht trotz, dass gelbe Flagge ist, rechts in die erste Kurve rein. Und checkt offensichtlich nicht, dass das Auto schwer ist. Schiebt mich raus. Ich krieg die Strafe dafür, dreh mich noch, bin am Ende des Feldes. Und verliere deswegen jetzt auch noch eine Position an Pace. Durch die Strafe, die ich nicht verdient hab in meinen Augen. Ja gut, ich kann dazu noch sagen, ähm... Ich hab das ganze Rennen, sag ich jetzt mal, auch davon gesprochen, ja. Also, ähm, meiner Meinung nach... Ich weiß nicht, ich war, glaub ich, außen und du warst in, oder? Ich... Ich war außen. Ja, du warst außen. Du hättest überhaupt nicht überholen müssen. Wie gesagt... Du hättest mir die Position so oder so wiedergeben müssen. Und dann... Dann trägt es dich so weit nach außen, dass du mich rausschiebst und ich krieg die Strafe dafür. Weil du mir ins Auto fährst. Bei meiner Meinung nach hab ich, glaub ich, irgendwo einen Stoß bekommen. Ich muss mir die Aufnahme gleich nochmal angucken. Ja, äh... Wo man das sieht. Aber das ist, äh... Also, wenn ich kurz was dazu sagen könnte, ich bin direkt hinter euch gefahren. Also, der Einzige, der noch hinter euch war, war... Ähm... Ich... Pace... Und der war weiter außen. Ja, ich war komplett zu veranlasst. Ich war bestimmt 20 Meter hinter euch. Ja. Also... Also, ein Stoß von hinten geht's von dem her schwer. Was ich so beobachten konnte. Der Pace war weit weg und ich auch. Ich muss mir das nochmal angucken. Ja, also, äh... Ja, mich jetzt schon mal im Voraus dafür, äh... Ja, entschuldigen, sag ich jetzt mal. Äh... Falls das so der Fall ist. Ich hab auch schon öfters in der Aufnahme gesagt. Äh... Beim... Während dem Rennen, falls ich daran entschuldigen soll, dass es mir leid tut. Ja, ähm... Aber... Wie gesagt, ich guck mir das Ganze jetzt gleich nochmal an, wenn ich die Aufnahme jetzt gleich beendet hab. Und dann, äh... Kann ich dir mehr dazu sagen. Ja, nur, wie gesagt, das mit der Strafe, das seh ich jetzt überhaupt nicht an. Ich hab mich das ganze Rennen dann wieder zurückgekämpft, jetzt bis auf Platz 2. Und hab jetzt dadurch... Ja, da... Da muss halt, ähm... Ich versteh das schon, da muss aber Pace jetzt halt noch dazu sagen. Also von meiner Seite aus können wir die Strafe zurücknehmen, weil die wird ja beim Spiel sowieso blöd gemacht werden. Ich mein, euer Kampf am Ende hab ich mit Spannung verfolgt, bin sogar zweimal neben raus noch gefahren, hab mir mal Warnung bekommen, weil ich nur die Punkte da verfolgt hab von euch beiden. Ähm... Ne, ich sag auch ganz im Ernst, wenn... Ich weiß, ich weiß, ich hab's natürlich nicht richtig gesehen, ich hab nicht richtig hingeguckt in dem Moment, ich hab nur gesehen mein Auto und... Egal. Ähm... Aber wenn das so war und dann ist es halt so, dann sag ich, komm, scheiß auf die drei Punkte hier hast du. Jo, danke. Also... Ja, wie... Super nett. Ja, wie gesagt, ähm... Falls ich da... Ich sag's jetzt nochmal hier vor allem, falls ich da wirklich... Ähm... Also... Du, Weiber, gehst ja davon aus, also... Weiß nicht... Wie gesagt, ich hab nicht mal hingeguckt, ich dachte, ich war vorbei und... Ähm... Wollte dann eigentlich ganz normal das Rennen weiterfahren, ja. Also wie gesagt, sorry, wenn das da so... Dass du wegen mir die... Jetzt die Strafe kassiert hast, so viel dazu. Ähm... Ja... Kann ich dazu... Außer, sorry, kann ich da... Oder mich dabei... Mich bei dir zu entschuldigen. Mehr kann ich da auch nicht machen im Moment, also. Ja. Schau mir das Ganze jetzt gleich auf jeden Fall nochmal an. Aus meiner Perspektive sieht man nicht viel. Aber ich hab auch im Rennen mehr, äh... Darüber gesagt. Und werde mir natürlich auch andere Sichten angucken. Und dann, wie gesagt, ich entschuldige mich jetzt schon mal in Voraus bei dir. Das ist gar kein Problem, ja. Aber... Wie gesagt... Kann sein, dass ich dran schuld war. Wenn... Ja. Wo jetzt alle momentan von ausgehen. Wie gesagt, sorry. Jetzt schon mal. Aber, ähm... Ja. Ich würd sagen, damit... Ja, gut. Wie gesagt, müssen wir halt mal angucken. Aber wie gesagt, äh... Ich würd sagen, wir machen dreien jetzt einfach mal für Weiber den zweiten Platz ein. Und, ähm... Richtig. Ich kann das Wort fassen. Ich hab nur ganz was Großes und was... Ich hab was Positives, ne? Ein bisschen positive Stimmung. Also... Schwert 4? Jo. Gerne wieder. Ja, das war geil. Gibt's ja lang. Könnte man jetzt auch missverstehen, aber ich sag nicht. Nee, nee, nee. Ich würd sagen, äh... Dazu hab ich auch noch was zu sagen. Also, nicht irgendwas Negatives. Ähm... Ich hab ihn gekotzt. Ganz ehrlich. Wie ihr mich beide in der letzten Kurve überholt habt. Also... Äh... Ja, aber bei mir war's... Bei mir war's leider ein illegales Überholmanöver. Ja, ich muss ja dazu sagen, ich hab ja zugesehen... Aber du wurdest ja vom Spiel eh zurückgesetzt deswegen, oder? Ja, ich wurde zurückgesetzt. Ich wurde auf 9 wieder zurückgesetzt. Also, Sparkplug war 8er. Ich 9er. Das war schon richtig so. Ja, ja, aber... Ich muss ja sagen, ich hab das Ganze mir angesehen. Ja, riech aus. Fast, ich hab dich unterbrochen. Nee, also wie gesagt, äh... So an sich, dass man einen... Dass ich mir praktisch am siebten Platz oder was das war schon... Wo ich sagte, ich hab den safe, ja. Und dann guck ich nach hinten und sehe einfach nur, wie spät wir und den Vortrag, wie wir herangeschossen kommen. Wo ich mir denke, sag mal, wie macht ihr das, ja? Ich fahr auf den Options, bin praktisch schon auf den schnelleren Reifen, die zwar schon einigermaßen runter waren, ja. Und dann... Sorry, aber das ist, äh... Du hast kein Sprit mehr. Spritmanagement. For the win. Da hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich hab's... Ich hab's... Hast sogar du gesehen. Nee, ich hab's falsch erhitzt, sodass ich das, äh... Muss noch eine Lösung finden. Aber gut, auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich hab mir das Ganze angesehen. Und... Ich hab irgendwie so gehofft, Remo darf nicht vorbeikommen. Ich will nicht in der Wertung überholen. Da seh ich so, letzte Kurve. Schwertbild zieht durch. Okay, Remo ist noch nicht da. Das heißt, er ist noch nicht da. Remo zieht durch. Scheiße. Ja, ja, ja. Aber voll, noch fünf Sekunden bekommen. Ja, aber guck ich mir, dir hast du auch ein geiles Duell. Das ist, ähm... Ja, das... Die Sache war immer, ich hatte frischere Reif und ich hatte irgendwie Angst, dass ein Déjà-vu aus Spielberg passiert. Ja. Jetzt hab ich mich nicht irgendwie so innen setzt, traut in der Kurve. Jetzt hab ich's immer irgendwie dann außen versucht. Ja, aber es hat ja funktioniert am Ende, also... Ja, beide Male ist außen gegangen, also von dem her hat's schon... Aber ich hatte wirklich Angst, dass wieder gleich scheppert und ich wieder rausgelegt. Ja. Aber ich musste irgendwie vorbei, weil Marvin sich mit großem Schnitt näherte. Wenn ich da hinter dir geblieben werde... Ich hatte eh zwölf Sekunden Strafe. Ja, das wusste ich ja vorher nicht. Mhm. Er hat mir zwar gesagt, eine Strafe, aber ich hab eher so mit drei Sekunden gerechnet, was ich auch hab. Ich hab mir gedacht, drei und drei. Ja, scheiße, wenn er mich überholt, bringt's mir auch wieder nix. Darf ich jetzt das Wort nehmen? Ja. Ähm, eine Frage an Hassel. Was war das für eine hirnlose Aktion am Start von dir? Ich? Ja. Hä? Was führst du einfach links nach außen rüber, wo ich bin, nur um die Kurve von außen anzufahren am Start? Hab ich nicht. Kannst du nicht... Was? Marvin, ich bitte dich. Ich hab sogar darüber gelacht, weil... Ich hab dir überhaupt keine Schuld gegeben. Ja. Okay. Ich starte versetzt, ne? Dann leckt es sogar noch kurz. Ich hab ne Aufnahme. Ich hab ne Aufnahme. Ja, dann kam ich quer. Ja, aber ich hab so gut wie meine Linie gehalten. Ich bin ganz, ganz Stück... Ganz kleines Stückchen nach links gefahren deswegen. Aber sonst war alles cool. Und du hast mich ganz wirklich so leicht berührt, dass aber durch Code-Maß, dass die Wagen sonst wie verhakt haben und ich in die Wand geschlagen bin. Ja. Ja gut, du kannst glauben, was du willst. Aber ich hab nichts falsch gemacht. Wer war ja alles hinter mir? Googie war hinter mir? Viper war hinter mir? Habt ihr das gesehen? Was kann ich denn dafür, dass das Spiel mich versetzt? Also ich kann nur sagen, ich hab nur zwei Wagen im 90 Grad Winkel Richtung Mauer abgesehen. Mehr hab ich nicht gesehen. Das geht mir genauso. Wer dann schuld war... Das einzige, was ich sagen konnte, am schönsten hab ich an dem Blau-Gelben gesehen, aber ich kann natürlich nicht sagen, wer schuld war. Also ich weiß, ich war ja direkt dahinter. Also es sah auf jeden Fall so aus, als hätte der Hustle ein bisschen nach links rüber gezogen. Und dann... Ich war ja auf dem Weg nach links. Ja. Weil ich hab gesehen, dass du hinter mir warst und ich nach links einscheren konnte, damit ich Hustle nicht berühre. Aber dann kam auf einmal Hustle auch nach links. Ja, so ein bisschen nach links... Ich hab mir die Aufnahme doch angeguckt. Ich hab mich kaum von der Stelle berührt. Ich bin immer noch locker rechts mittig. Also ich guck mir grad den Start nochmal an, das Rohmaterial. Ich bin jetzt mal gespannt, wie's aussieht, weil man hat beide Chris drauf. Auch von, äh, bei von mir oder was? Ja. Also ich banne das. Hustle... Für Hustle ist eh alles eine gerade Linie. Damit banne ich das jetzt hier. Und die lasse ich das mal zurück. Jetzt, jetzt, jetzt. Ich bin dir nicht absichtlich in den Start gefahren. Ich möchte da mal kurzes Wort ergreifen. Ich mein, ich hab das leider nicht gesehen, weil ich muss mich auf meine eigene Linie konzentrieren. Ähm, ich find's jetzt aber Quatsch, hier irgendwelche Schuldzuweisungen zu machen, Marvin. Also das find ich jetzt echt unnötig. Es soll ein Spaßprojekt sein. Ja. Und so wie ich jetzt das hör, klingt es halt für mich halt wieder, dass mehr halt wieder diese dumme Kollisionsabfrage in dem Spiel wieder mehr Scheiße gemacht hat als alles andere. Im Normalfall am Start sollte so eine Berührung nicht viel auslösen, dass beide sich so verhaken, so wie's Hassel jetzt beschrieben hat. Das ist wirklich Scheiße vom Spiel. Und ich muss auch wirklich sagen, ich hab auch in den ersten Runden gesagt, das kann auch Kogi bezeugen. Mich hat's mega geärgert, dass Hassel rausgeflogen ist aus dem Rennen direkt. Ähm, was auch immer passiert sei, weil es einfach schade ist, dass halt solche Sachen machen das halt ein bisschen kaputt einfach alles. Bin ich ganz, ganz ehrlich. Und ich sag auch immer noch, ich hab einfach, ich hoffe, dass der Nachfolger da ein bisschen besser wird. Äh, und wenn's nur ein bisschen ist. Aber wie gesagt, so wie ich das jetzt gehört hab, ich hab's nicht gesehen. Und eigentlich ist's mir auch egal, aber eigentlich will hier niemand, irgendjemand abschießen. Also sowieso nicht. Und, ähm, wenn da halt wirklich so eine Mini-Berührung ist, dann muss nur ein Mini-Lag noch dabei sein. Gerade am Start ist's sowieso immer sehr laggy. Und dann geht's schnell mal echt neben raus. Ich sag ganz ehrlich, ich find's schade für Hassel auf jeden Fall, dass es passiert ist. Und jetzt von dir, Marvin, erwarte ich einfach jetzt mal ein bisschen noch Größe zu zeigen und einfach zu sagen, gut, scheiß drauf und ist halt passiert und fertig. Weil, das bringt doch jetzt keinem was, diese Schuldzuweisung zu machen. Also, da verliert jeder nur seinen Spaß dran. Und dann traut man sich gar nicht mehr geile Duelle zu fahren. Und das ist doch Schwachsinn. Ja, das einzige Positive, was da noch war, ist die Aufholjagd. Da waren auch alle, mit denen ich kurz im Zweikampf war, sehr fair. Und hat auch schon Spaß gemacht. Ich hab mir jetzt das Ganze nochmal angeguckt. Also wir warten nebeneinander und dann zur Kurveneinfahrt hat bei Hassel irgendwie so ganz leicht links und habt euch instant fahren. Das war wirklich schön eigentlich. Das war so ein kleines... Das war wirklich so wenig. Ich bin überhaupt nicht nach links gefahren. Ich hatte das so oft auch schon mit einem Freund, dass wir uns abgeschossen haben. Und bei seiner Aufnahme war ich zwei Meter weiter hinten und ich bei ihm zwei Meter vorne. Also... Das war bei Viper und Sparkplug. War auch so irgendwie... Ihr seid gefahren und dann Sparkplug ist ein bisschen wieder auf die Strecke zurückgekommen. Er war auf dem Curb. Da war aber Viper und dann haben sich die Reifen berührt und sind auch beide raus. Also... Ich würde jetzt auf jeden Fall das mit Sparkplug und Viper auf einen Rennunfall schieben. So wie es zumindest aus meiner Sicht aussah. Das mit Hassel kann schon gut und gerne ein Leck gewesen sein. Und... Wie gesagt... Ich... Entschuldigen mich jetzt hier mit Viper. Also... Wie du da schon gesagt hast... Ray... Das soll eigentlich so ein Spaßprojekt sein. Und... Das... Das... Da... Ich sag's einfach kurz, ja... Viper, ich wollte da jetzt nicht das Rennen irgendwie versauen, ja... Ähm... Du bist dann noch relativ gut nach vorne gekommen, was mich auch gewundert hab. Ich hab extra nochmal geguckt, hast du das Rennen jetzt aufgegeben? Oder... Was hast du gemacht, nachdem ich den ersten Boxenstop gemacht hab? Wo ich jetzt geguckt hab, okay, wo ist der? Fährt der überhaupt noch? Weil meiner Meinung nach waren wir ja vorher elf Leute. Und... Und ähm... Hassel war ja raus. Ja, aber das wusste ich ja vorher nicht. Dass Hassel raus war. Deswegen hab ich mir gedacht, ist das jetzt Viper da jetzt hier aufgegeben worden? Äh... Vor Rage oder irgendwas? Ja... Und deswegen, wie gesagt... Basta Kriper hat das grad gesehen. Die hat gesagt, ich entschuldige mich jetzt hier bei dir, Viper. Ähm... Das ist gar... Das, äh... So viel größer zeig ich jetzt. Äh... Und ähm... Ich hoffe halt einfach, dass die nächsten Rennen, sag ich mal... Ähm... End zu einem Duell zwischen uns kommt. Wenn's am Start ist, besser verläuft, sag ich mal. Jo. Ich sag mal das Ganze so stehen. Ich glaub das Thema Thema lassen wir mal so jetzt im Raum stehen. Wir können das ja nochmal angucken, aber wie gesagt, ich will da jetzt... Äh... Nichtsinnlos da irgendwelche, äh... Pfff... Diskussionen haben. Ähm... Ja, hat nochmal jemand was zum Rennen vielleicht zu sagen? Mal jetzt fernab von ganzen Crashes und so weiter. Oder... Ja, ich... Ja, doch. Bugi will was, aber der ist... Ja, genau. Ich... Ja, ich möchte sagen, ähm... Remo. Ja. Richtig eine Startfahrer von uns beiden. Also... Weil ich hatte das Problem, mein Ferrari hat heute eben durch das, dass es in der zweiten Kurve so bergab geht, extrem über die Vorderachse geschoben. Und da hab ich mir schon gedacht, ach Remo, bitte komm jetzt nicht vorbei, dann schieß ich dich raus, ohne dass ich's will. Weil dann einfach der Ferrari extrem geschoben hat über die Vorderachse. Dann hab ich mir gedacht, ah geil, du bleibst hinten. Und bei den einen Bremsmanöver hab ich mir gedacht, ja, ich bremse eh ein bisschen früher. Oder hast du dann auch früher gebremst, hab ich mir gedacht, ja, dann zieh ich trotzdem mal zuerst in die Kurve rein, dann konnte ich mich eh ein bisschen absetzen. Aber richtig eine Startfahrer, die ersten zwei Runden waren auch richtig knapp vom Abstand her. Ja, ich hab mir auch für die erste Runde vorgenommen, jetzt einfach mal Slowdown zu fahren, einfach mal nicht anzugreifen, einfach mal hinten bleiben, zu gucken, was passiert. Man hat eben gesehen, es hat ja auch zwei Unfälle gegeben und ich war ja nicht drin verwickelt. Ja, war eine coole Startfahrer. Ich hab gemerkt von Schwertbier, es kam schon der Druck, weil er wollte natürlich pushen und vorfahren und Plätze gut machen und ich hier schön ein bisschen Slowdown hinter dir bleiben. Ja, war aber geil. Ja, ich muss jetzt dazugeben, ich bin auch nicht voll groß gefahren, eben weil ich das Problem mit den Übersteuern hatte vom Ferrari. Und ja, ich hab auch den Druck von hinten gespürt, so war's ja nicht. Du hast ja auch ordentlich Druck ausgeübt, aber ja, ich find's schön, wie alles schön geordnet, trotzdem abging und vor allem ohne Unfall. Ich rieße mich mal ganz kurz so an, dass das Duell zwischen, ich glaub mit Mackie hatte ich ja kurzzeitig auch mal ein Duell gehabt oder Tom oder ich weiß nicht ganz genau, wer das war. Ja, ja, ja. Mit dir war das. Ja, das war aber auch ein nettes Duell. Also, ähm. Dachte ich noch, es wär Tom. Dann denk ich hoch. Ne, das ist nicht Tom. Ja, also es hat auf jeden Fall, ähm, jetzt meine abschließenden Worte da dazu. Es hat ja wieder sehr viel Spaß gemacht, bis auf die Startphase halt, ähm. Was mich richtig genervt hat, sag ich mal, ist das, ähm, Schwertbier und wer war das noch? Dann haben wir vorbeigezogen sind in der letzten, oder vor der letzten Kurve. Aber gut, er scheint ja wirklich mal einen Sprit gelegen zu haben, aber gut, dann schau' ich mal gucken. Ja, aber du hast ja die Punkte für den achten Platz noch bekommen, ich wurde ja zurückgestuft wegen einer Strafe. Ja, aber auch von, äh, Schwertbier überholt zu werden, sag ich mal, äh, wo du praktisch schon sicher bist, du hast den siebten Rang, ja, und du holst dir die Punkte. Ja, also. Gut, ich denk mal, Schwertbier waren auch sehr, sehr hart im Limit. Wir haben wirklich irgendwie noch alles rausgekitzelt, was ging. Ich war auch lange, lange Zeit auf Fett unterwegs und die letzte Runde hab ich dann noch auf Normal stellen müssen, weil ich sonst auch Rhythme gehabt hätte. Aber, bei der Positionierung her, bin ich selber enttäuscht von mir, aber von den Kämpfen mit Schwertbier bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden. Also, das war wirklich hammergeil. Äh, was ich noch fragen wollte, Mäcki, was bist du für eine Strategie gegangen? Hart, hart, weich. Hart, hart, weich. Hab's mir schon gedacht. Ja, okay, aber ich hab's mir auch gedacht. Ich bin weich, hart, weich gefahren und du bist, glaub ich, auch erst zur Runde 19 oder war's rein oder noch später zum Reifenholen. In der 19. Runde war's. Ja, da sind wir gleichzeitig reingegangen Reifenholen. Ja. Hab ich mir auch schon gedacht. Jetzt, da vorne ist bestimmt Gubi, der ja drin fährt. Und der Schwertbier hat es wieder. Ja, ich hab mir gedacht, wie soll ich machen? Nee, ich kann mit den anderen zwei vorne, kann ich sowieso nicht behalten. Ich muss mich nach hinten absichern. Ja. Aber ich bin auch nicht schnell genug, dass ich anders schaffe. Jetzt hab ich's einfach mit der Boxstrategie riskiert. Das hab ich aber auch schon im Qualifying so gesagt, dass ich es so probieren will und ja, ist aufgegangen. Ich hab mich nur gewundert, warum der Pro-Game auf einmal so schnell weg war. Ja, ich hatte ja diese einmal fünf Sekunden wegen diesem Unfall. Und dann, weil ich hab die harten Reifen, ich glaube, 13, 14 Runden gezogen. Und die waren dann, als ich dann auch hinter dir war, ja, so runter hast du ja gesehen, wie ich da teilweise durch die Kurven gekommen bin. Da hab ich mir noch zwei mal drei Sekunden eingefangen, dadurch, dass die Reifen so runter waren. Und dann hatte ich ja natürlich den Druck, ich musste auf dich, als ich an dir vorbei war, diese elf Sekunden rausfahren. Ja. Ja, also, da wollte ich auch jetzt nochmal sagen, nochmal sorry, Hassel, wegen den Worten gerade, weil, keine Ahnung, ich war, ich hab generell über den Unfall nicht viel nachgedacht, weil ich so viel aufholen musste von ganz hinten und war in einem Tunnel. Und ja, da wollte ich mich nochmal verentschuldigen. Alles in Ordnung. Alles gut. Gut, wenn sonst jemand mehr hat, dann würde ich mal diese etwas lange Nachbesprechung abschließen. Ja, ansonsten, mit abschließenden Worten kann ich einfach nur sagen, an die ganzen Zuschauer, aber schau dich die ganzen Sichten an. Ich denke mal, da gab es hier und da auch noch ein paar andere Highlights, die man vielleicht sehen sollte. Und vielleicht auch ein paar andere taktische Sachen und so weiter und die ganzen Emotionen auch nochmal ein bisschen anders da aufsaugen kann. Ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall wie immer an alle, die mitgemacht haben, alle, die mitgefahren sind. Und ja, ich würde mich freuen, wenn es dann beim nächsten Mal ja ein bisschen schöner durch die erste Kurve geht. Und dass alle halt auch wieder viel Spaß damit haben. Auch genauso die Zuschauer, dass die viel Spaß haben beim nächsten Rennen. Und ja, ich bin jetzt auf jeden Fall raus, bedanke mich nochmal bei allen und sage tschüss. Bis dann. Tschüss. 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 Ciao, ciao. Guys, that's so. Und kann das ja nicht models Playstation funktion이지 performst. Vielen Dank.